Musik Dann gehen wir langsam runter, die Beine kommen runter und für den Moment können wir losen. Es ist ganz wichtig, dass Sie das Gefühl haben, Sie können die Beine in dieser Position halten. Und hier kriegen wir Platz und öffnen und spüren die Länge im Nacken. Ein nach unten und nochmal mit der Ausatmung hier die Länge spüren, da das Schulterblatt anbinden. Und wir versuchen ganz stabil zu bleiben, hier und hier nicht mitzugehen, sondern mit der Ausatmung da den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und flex den Fuß anbeugen nach vorne und lang nach hinten ziehen. Musik 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 Musik